Deutsch lernen durch Hören Kaffee und Kuchen Heute haben sich Verena, Christoph und Carola zu Kaffee und Kuchen verabredet. Die drei Freunde sind Nachbarn und treffen sich einmal in der Woche, um Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Das ist eine Tradition in Deutschland. Mit Freunden verabredet man sich regelmäßig am Nachmittag auf Kaffee und Kuchen. Heute treffen sich die drei Freunde bei Carola. Das bedeutet, Carola muss einen Kuchen für ihre Freunde backen. Doch darin ist sie sehr schlecht. Sie macht den Teig und gibt ihn in den Ofen. Als er fertig ist, kostet sie ihn. Und oh Graus, er schmeckt schrecklich. Nun ist es auch zu spät, um noch einen Kuchen in der Bäckerei zu kaufen. Als ihre Gäste an der Haustür klingeln, erzählt Carola gleich von ihrem Missgeschick. Christoph lacht über sein ganzes Gesicht und sagt, Kein Problem, ich habe zufällig heute einen Kuchen gebacken. Die Freunde lachen. Christoph hat geahnt, dass der Kuchen von Carola nicht gelingen wird und hat zur Sicherheit einen selbst gebacken. Zusammen setzen sich Verena, Christoph und Carola an den Tisch und trinken guten Kaffee von Carola und essen feinen Marmorkuchen von Christoph. Sie quatschen über ihre Woche und tauschen Neuigkeiten aus. Typisch für Kaffee und Kuchen in Deutschland ist auch, ein wenig Klatsch und Tratsch muss sein. Deutsch lernen durch Hören SchAck nach dem Bernd vom Bernd von